So, jetzt sind wir bei dem integrierten Roller-Team Zephiro 284 Integral. Der ist allerdings schon verkauft. Schauen wir uns von außen rein. Wir gehen einmal zur Heckgarage. Das ist ausreichend. Und jetzt schauen wir uns das ganze Mal von innen an. Auch wieder mit Huppet. Schönes Raumgefühl, ne? Schönes Raumgefühl, ne? Auch Farben finde ich sehr schön. Ja. So, Bettina-Pennel. Kühlschrank. Meine Frau. Und ein schön hohes Bett. Das schaut klasse aus. Das sind jetzt zwei getrennte Betten. Man kann das natürlich wieder verlängern. Da oben sind die Aufsätze schon da. Und gleich darin grenzen die Dusche. So, und hier kommen wir zur Toilette. Oh, passt. Küchenzeile. Drei Flammenherd. Und hier haben wir das was schmecken. Und Huppet. Huppet habe ich schon erwähnt. So, das war's. Ich bin hier. Das war's. Ich bin hier. Ich bin hier.